Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich euch die With Box von Sensi zeigen. Wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt doch bitte dran. Ich habe mir diese Box hier bestellt, jetzt für Oktober, in meinem Geburtstagsmonat, habe ich mir die jetzt mal gegönnt. Das habe ich bei der lieben Sensi bestellt. Ich lasse euch unten nochmal den Link da, falls ihr auch mal da bestellen wollt. Denn ich habe euch ja schon mal ein Video gedreht, das verlinke ich euch auch hier mal. Da habe ich mir eine schöne Lampe ausgesucht, so mit so Engelsflügeln und die habe ich ja mittlerweile ausprobiert und die ersten Düfte, also die ersten Melz auch. Ich bin super begeistert, ja sonst hätte ich mir natürlich jetzt auch diese Box nicht bestellt. Mich hätte einfach mal interessiert, was in hier so einer Box drin ist und ich dachte, der Oktober, mein Geburtstagsmonat, ist ein guter Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Deswegen machen wir die jetzt mal auf. Die kostet 42 Euro, diese Box und ich hoffe, dass die gut gefüllt ist. Jetzt fällt mir hier wieder alles raus. Ich muss gerade den Zettel holen. So, dann ist hier dieser Zettel drin. Ich weiß gar nicht, den legen wir jetzt einfach mal zur Seite. Und wie ihr seht, ist die ziemlich gut gefüllt. Wir gehen mal die Sachen da durch. Ich bin echt gespannt. Hier haben wir etwas. Das ist Sweet Orange Pomanda. Ein Lufterfrischer. Das ist ja cool. Das ist auf jeden Fall ein Duft für mich. Da freue ich mich schon sehr drüber. Und sowas kann ich auch immer brauchen, so ein Dufterfrischer. Ich finde das richtig, richtig schön. So, dann haben wir hier natürlich auch zum Glück Duftmelz drin. Und das ist einer. Das ist Magnolia Linen. Riecht bestimmt gut. Oh ja, das ist mein Duft. Sowas mag ich. Also das ist zum Glück nicht so schwer. Das ist relativ leicht, finde ich. Riecht echt gut und sieht bestimmt schön aus, wenn das mal in der Lampe aufgetaut. Nein, geschmolzen. Es ist ja nicht gefroren. So, hier haben wir wieder etwas. Das ist Maple Rum Cake. Maple Rum Cake. Oh, das ist sehr, sehr, sehr zimtlastig. Sehr, sehr, sehr. Das werden wir wahrscheinlich eher oben im Wohnzimmer machen, wenn die Weihnachtszeit so weit ist. Weil das würde ich hier unten in meinem Zimmer, wäre mir das zu viel, weil das sehr zimtlastig ist. Aber für jemanden, der Zimt sehr gerne mag, ist das definitiv ein Duft. So, dann haben wir hier wieder so etwas leicht Orangenes. Und zwar Slips of Cider. Das ist auch echt eine hübsche Farbe, ne? Also den Duft gefällt mir auch. Das wäre auch einer, den wir oben im Wohnzimmer oder den ich in den Flur gut stellen kann, damit es im Haus gut danach riecht. So, dann gucken wir mal. Dann gibt es nämlich noch einen. Das ist, finde ich, auswesend, ne? Schöne Farbe. Und zwar ist das Christmas Cottage. Wie riecht denn ein Christmas Cottage? Oh, das ist noch zimtiger als das andere. Oh, da weiß ich gar nicht. Das muss ich mal gucken. Vielleicht verschenke ich den, keine Ahnung. Der ist sehr, sehr zimtlastig. Ich muss das mal ausprobieren. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. So, oh, da ist noch einer, sehe ich gerade. Guck mal, noch einer. Und zwar Vanilla Cinnamon Maple. Also auch wieder mit Vanille und Zimt. Das ist ja toll, die Kombination für mich. Aber ich muss sagen, die geht sogar. Die würde sogar gehen. Muss ich mal ausprobieren. Also jetzt haben wir auf jeden Fall 5 Melz, ein Dufterfrischer. Und dann haben wir hier noch so einen dicken Pott. Was ist das denn? Washer with. Was soll das sein? Ach, ein Wäscheduft. Ein Wäscheduft? Okay. Oh, der ist toll. Hm, der riecht gut. Cloudy Dreams, ja. Das ist auf jeden Fall was für mich. Boah, den stelle ich sofort in meine Waschküche. Und werde ich demnächst mal benutzen. Wie cool ist das denn bitte? So, geben Sie Wäscheduft nicht in die Fächer für flüssiges Waschmittel, flüssigen Weißspieler, Bleischmittel oder in den Trockner. Wo packt man das hin? Ach so. Schütteln Sie den abgemessten Inhalt des Messlöffels in die Trommel Ihrer Waschmaschine, in die Sie anschließend die Wäsche hineinfügen. Also erst den Wäscheduft, dann die Wäsche. Ja, richtig cool. Das riecht toll. Das gefällt mir. So, oh, was ist das? Hier haben wir noch so was Kleines. Und zwar Sweet Orange and Evergreen. So was Kleines. Wo macht man das denn hin? Auch in so eine Lampe? Ich muss das mal rausfinden, wie gesagt. Aber das riecht auch gut. Ich bin hier noch nicht mit allem so bewandert. Und dann haben wir hier noch ein Spray. Und das ist Apfel Zimt Sticks. Und zwar ein Sprühreiniger. Was reinigt dieser Reiniger denn? Witzig für nahezu alle nicht vorrösen Oberflächenspritzdüse. Aufdrehen Reiniger auf Oberflächen sprühen mit Fussel vor einem Tuch oder abwischen. Okay. Ja. Ein duftender Reiniger. Apfel Zimt. Also ich meine, zur Weihnachtszeit passt das ja ganz gut. Oder zwar jetzt demnächst Adventszeit. Und damit wäre dann die Box leer. Ja, ich müsste das mal ausrechnen, ungefähr wie viel das drin ist. Weil wie gesagt, man bezahlt hier 42 Euro und hat dann 1, 2, 3, 4, 5 Melts. Also was Kleines. Ein Dufterfrischer, ein Wäscheduft und ein Reiniger. Und natürlich alles mit Duft, weil darum geht es hier ja. Ja, aber ich habe jetzt nicht nur die Box geholt, denn da gab es ein paar Düfte, die waren reduziert. In dieser Schatztruhe heißt das, glaube ich, auf der Internetseite. Ich lasse euch das unten auch in der Infobox. Da schreibe ich euch das dann rein, wo ich das gefunden habe. Und dann gab es hier nämlich Berry Fairy Tail. Das hat sich so gut angehört, die Duftbeschreibung, dass ich gedacht habe, den bestelle ich mit. Und der war auch noch reduziert, also warum nicht? Und der riecht genauso, wie ich es mir gedacht habe. Voll nach Beeren. Richtig, richtig cool. So, dann gab es Sun Kissed Citrus, weil ihr wisst, zitrische Düfte mag ich auch gerne. Und die ist so richtig schön orange, hat mir auch gut gefallen. So, jetzt muss ich das mal aufkriegen. Ja. Mein Duft, genau mein Duft, da fühle ich mich wohl. So, und dann habe ich nochmal hier, weil ich habe doch diesen kleinen Ventilator mit, ich glaube, Minimaus ist das. Und da passen hier diese kleinen, die sind ein bisschen aus wie so eine Wäschetrommel, diese Sensi Pots. Und das hier ist Iridescent Pearl. Und das riecht so gut. Ich kann euch den Duft nicht richtig beschreiben. Ich suche mal, ich versuche mal, da sich nochmal die Duftbeschreibung da zu finden. Dann schreibe ich euch das nochmal hier hin. Aber das riecht auch so frisch und angenehm und richtig, richtig, richtig gut. So, und dann habe ich mir noch hier so ein, was ist das? Das ist ein Lufterfrischer, habe ich mir geholt. Für 30 Tage. Das ist fürs Auto. Genau. Ich habe nämlich einen anderen Amazonischen Regen, Amazon Rain oder irgendwie so. Ich weiß nicht, so was grünliches, habe ich im Moment in meinem Auto hängen. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass mein Auto jetzt danach riecht. Aber ich bin gespannt, den hier werde ich auch mal ausprobieren. Denn ab und zu mag ich das ganz gerne, wenn ich auch in meinem Auto einen ganz guten Duft da habe. Ich muss nur gucken, dass das mir nicht zu viel wird. So, und dann habe ich hier von diesem Sun Kiss Citrus auch noch einen Duftbeutel geholt, weil ich dachte, dann kann ich das in meinen Schrank hängen. Dann riecht es da auch ganz gut drin. Also hier unten den. Und dann habe ich das alles hier so ein bisschen, ich mag das gerne, wenn es hier gut riecht und duftet. Und so, und deswegen, ja, Sensi hat mir halt gut gefallen. Deswegen dachte ich, ich hole da nochmal diese Box und probiere die mal aus und hole mal ein paar reduzierte Melts dabei. Und ab und zu habe ich, glaube ich, so kriegen die auch hier so ein Flechsale, wo die Sachen dann nochmal reduziert sind. Und da habe ich diesmal aber jetzt nicht zugeschlagen, weil ich ja schon bestellt hatte. Deswegen, das dauert auch ja eine ganze Zeit, bis man diese Melts aufgebraucht hat. Deswegen brauche ich jetzt erstmal keinen Nachschub mehr. Nichtsdestotrotz finde ich die Sachen richtig gut. Ich habe auch, ich verwende auch die Lampe, weil ich das ganz schön finde von dem Licht her. Aber ich finde die Lampe auch sehr schön. Also sie macht halt schönes Licht und ja, dann riecht es hier gut. Und wenn ich hier abends sitze, ist das halt auch mal angenehm, weil nur bei Kerzenlicht ist es halt hier manchmal ein bisschen zu dunkel. Aber mit der Lampe hier klappt das wirklich gut. Und die verbraucht ja auch nicht so viel Strom, weil wir müssen ja auch ganz viel Strom sparen aktuell. So, jetzt mal kurz gucken, steht hier noch irgendwas drin? Eine Dankbarkeitsliste kann man hier mitschreiben, ja. Steht hier drin, der Wechsel der Jahreszeit bietet sich perfekt an, einen Blick auf das eigene Umfeld zu werfen. Wie Sensi mit Arberin Heidi Thompson ausdrückt, Dankbarkeit zu zeigen schafft besondere Momente. Ihre Whiskbox für Oktober enthält festliche Produkte aus der Herbstkollektion, um die Stimmung und die Aufregung zu wecken, die nur in dieser Zeit des Jahres aufkommen, um sie an all das zu erinnern, wofür sie dankbar sein können. Jo, das stimmt wohl. Das eine oder andere Mal kann man das wohl mal tun. Achso, ja, hier steht das sogar auch nochmal extra erklärt hier mit dem. Das braucht man einfach nur aufdrücken und dann kann man den Deckel abmachen und kann den Melt in die Duftlampe, in dieser Schale von der Duftlampe nehmen. Okay, gut. Dann weise ich das auch bisher extra nochmal so eine Anleitung. Ja, alles in allem finde ich das ganz gut. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung ist. Wie gesagt, ich hätte mir die Sachen so wahrscheinlich nicht ausgesucht. Ich wollte das ja jetzt einfach mal ausprobieren. Vielleicht muss ich das nochmal in Richtung Sommer machen, weil ich denke, da sind dann eher so die Düfte drin, die ich mag. Jetzt so im Winter, Herbst-Winter ist es halt eher mehr so Zimt-lastig. Das ist aber halt nun mal einfach so. Das war mir auch bewusst, aber es ist ja nicht schlimm. Das eine oder andere kann man ja auch mal verschenken. Nichtsdestotrotz werden die meisten Düfte hier bei mir bleiben. Die werde ich jetzt ausprobieren oder jetzt dann zur Adventszeit werden wir die dann verwenden. Und ja, lasst mich mal gerne wissen, was ihr denn so zu so Duftkerzen oder hier diesen Duftmelz sagt, ob ihr so Sachen auch verwendet oder ob ihr das so gar nicht abhaben könnt. Und wenn ja, was eure Lieblingsduftrichtungen sind. Das würde mich mal interessieren. So, damit sind wir dann jetzt hier auch am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.